Vor etwa 2000 Jahren trat mit Jesus ein Prophet in Israel auf, der verkündete, das Reich Gottes ist nahe und in ihm sind alle Menschen gleich. Nicht nur Männer, auch viele Frauen folgten ihm. Sie unterstützten die revolutionäre Bewegung und bauten schliesslich die christliche Kirche mit auf. Doch über die Jahrhunderte hinweg sind viele dieser Frauen aus unserem Bewusstsein verschwunden. Und aus dem neuen Volk Gottes wurde eine Kirche der Männer. Dies ist die Spurensuche nach jenen verschwundenen Frauen, ohne die es das Christentum vielleicht gar nicht gäbe. Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu, wichtigste Osterzeugin und erste Apostelin. Von Kirchenvätern zur Sünderin und Hure degradiert. Vöbe, Diakonin und Theologin. Bis heute wird ihre grosse Bedeutung von der Kirche heruntergespielt. Junia, berühmte Apostelin, wurde von Bibelkommentatoren des Mittelalters in einen Mann umgewandelt. Lydia, erste Christin Europas und Leiterin der Gemeinde in Philippi. Heute finden wir fast nur Männer in leitenden Positionen. Die weiblichen Vorbilder sind verschwunden und in Vergessenheit geraten. Inwiefern sind sie verschwunden? Sie sind natürlich nicht verschwunden, sie sind teilweise verdrängt worden. Also Verdrängung ist ein Moment, dass man sie einfach verschweigt, dass man nicht mehr über diese Frauen gesprochen hat. Das Ziel der feministischen Theologie ist, Frauen wieder geschichtlich sichtbar zu machen. Petrus sagt, mein Herr, wir werden diese Frau nicht ertragen können, da sie uns die Gelegenheit nimmt und sie niemand von uns hat reden lassen, sondern vielmehr selbst redet. Durch die Jahrhunderte hindurch ist Maria Magdalena eine Projektionsfläche für alle möglichen Fantasien, Ängste, Vorstellungen gewesen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Kirche Frauen braucht. Was ist der Kirche durch das Verschwinden dieser frühchristlichen Frauen verloren gegangen? Das ist das Thema der Hausarbeit von Jacqueline Straub. Und es ist das Thema ihres Lebens. Mein grosser Traum ist, Priesterin in der katholischen Kirche zu werden. Und ich glaube, in dem Beruf oder in der Berufung Priesterin kann ich vor allem in der Eucharistiefeier Jesus so nahe kommen wie in keinem anderen Beruf. Gibt es Vorbilder in der Bibel, auf die sich Jacqueline berufen kann? Und wie war Jesu Haltung gegenüber den Frauen? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. In einer patriarchal geprägten Zeit stellt sich Jesus vor eine Ehebrecherin und rettet ihr Leben. Die Geschichten der Evangelien sind keine historischen Tatsachenberichte. Eher theologische Erzählungen mit hohem Symbolgehalt. Und sie vermitteln eine grundlegende Haltung Jesu gegenüber Frauen. Jesus nimmt Frauen auch als Gesprächspartnerinnen ernst. Den längsten Dialog in der Bibel führt er mit einer Frau, der Samaritanerin am Jakobsbrunnen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Und schliesslich ist es eine Frau, die in Jesus den Messias erkennt. Sie kommt in das Haus seines Gastgebers, um sein Haupt mit kostbarem Öl zu salben. Ein grosser prophetischer Akt. Nach jüdischer Tradition, der Prophet salbt den Messias oder den König. Von daher hat das Markus-Evangelium eine ganz wichtige Funktion, oder die Frau hat eine ganz wichtige Funktion im Markus-Evangelium, weil dadurch Jesus zum Messias erklärt wird. Die Jünger erkennen die Bedeutung der Salbung nicht. Sie werfen der Frau vor, das teure Öl zu verschwenden. Jesus entgegnet ihnen. Überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern. Doch was ist mit ihrem Andenken geschehen? Wir kennen den Verräter Judas. Wir kennen den Verleugner Petrus. Den Namen der Prophetin jedoch kennen wir nicht. Die traditionellen Übersetzungen der Bibel erwecken den Eindruck, Jesus habe nur zu Männern gesprochen. Selig die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Wenn Jesus von den Brüdern spricht, dann muss man sich automatisch auch die Schwestern mitdenken. Und wenn er von den Söhnen Gottes spricht, automatisch die Töchter Gottes. Weil die damalige Zeit war einfach so geprägt, dass man von Männern spricht. Sie war einfach ein männerorientiertes Weltbild. Es war eine männerorientierte Sprache. Spricht Jesus also zu seinen Jüngern, so müssen wir uns die Jüngerinnen dazu denken. Bedeutendste unter ihnen? Maria aus Magdala. Auch einige Frauen sahen von Weitem zu. Darunter Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses, sowie Salome. Sie waren Jesus schon in Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Noch viele andere Frauen waren dabei, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Im Evangelium nach Markus wird Maria Magdalena als erste Frau und somit wichtigste Zeugin der Kreuzigung Jesu genannt. In der Erzählung des ältesten Evangeliums richten sich die Scheinwerfer auf die Frauen erst bei der Kreuzigung Jesu. Aus demselben Evangelium wissen wir, dass nämlich die Männer der Jesusbewegung Jesus verlassen haben, im Stich gelassen haben, ihn verraten, verleugnet haben. Und darum richtet sich die Erzählstimme jetzt speziell auf die Frauen und sie werden vorgestellt. Aber aufgrund dieser Perspektive wissen wir auch, dass die Frauen die ganze Zeit präsent zu denken sind in dieser ganzen Geschichte des Evangeliums. Die österreichische Theologin Andrea Taschel-Erber hat ein umfangreiches Werk über Maria von Magdala und ihre Zeit geschrieben. Also für die Frauen war diese Anwesenheit in der Nähe des Kreuzes sicher riskant, da wir auch wissen aus zeitgenössischen Quellen, dass Sympathisantinnen und Sympathisanten mit demselben Schicksal wieder gekreuzigt errechnen mussten. Für mich ist Maria Magdalena die Jüngerin, die Jesus von Anfang an begleitet hat. Sie ist in einer Frauengruppe verortet, aber sie hat offensichtlich hier die wichtigste Rolle inne gehabt. Sie ist diejenige, die als Bindeglied auftritt von der Zeit des historischen Jesus hin zur Zeit des entstehenden Christentums. Nicht der Tod Jesu war die Geburtsstunde einer neuen Weltreligion, sondern seine Auferstehung. Für ein Ereignis dieser Dimension brauchte es zuverlässige Menschen, die das bezeugen. In den Evangelien sind das zunächst Frauen. Bei Matthäus, Markus und Lukas sind es mehrere Frauen, die am Morgen nach dem Sabbat das Grab Jesu aufsuchen. Nach dem Evangelium des Johannes kommt Maria Magdalena alleine zum Grab. Es geht um den Erkenntnisprozess der Erzählfigur der Maria Magdalena, die allmählich schrittweise zum Glauben kommt, zum Osterglauben, zur Erkenntnis des Auferstandenen. Sie kommt zum Grab, aber plötzlich entdeckt sie gleich im ersten Vers, dass es leer ist. Man würde jetzt erwarten, sofort tritt ein Engel auf und erklärt ihr, warum das Grab leer ist. Aber das passiert nicht. Stattdessen verständigt sie Petrus und jenen, der hier Lieblingsjünger genannt wird. Die Männer finden das Grab leer vor. Nur der Lieblingsjünger versteht die Zeichen. Erst als die Männer die Szene verlassen, erkennt Maria. Frau, warum weinst du? Man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiss nicht, wohin man ihn gelegt hat. Sie sieht, die Engel sind zwei und für die wissenden Leser und Leserinnen ist auch klar, hier hat himmlisches Eingreifen stattgefunden. Aber für die Erzählfigur, das ist die Ironie an dieser Geschichte, an dieser Erzählung, ist das überhaupt nicht klar. Sie bleibt in ihrem Missverständnis. Maria Magdalena muss sich erst vom Ort des Todes abwenden, um zu verstehen. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Man sieht auch diese Absurdität, die da immer stärker zum Tragen kommt. Sie spricht mit Jesus und fragt ihn, wo er seinen eigenen Leichnam hingebracht hat. Das entbehrt auch nicht einer gewissen Komik. Aber erst als Jesus sie dann selber mit Namen anspricht, erkennt sie ihn. Und hier ist dann diese schöne Wiedererkennungsszene, wo sie wirklich zur Erkenntnis kommt. Es ist Jesus, der mit ihr spricht. Maria. Rabboni. Mein geliebter Meister. Dieses lateinische Noli metangere im Sinne von berühr mich nicht, ist nicht die ganz adäquate Übersetzung des griechischen Textes. Eher geht es darum, Maria von Magdalena soll Jesus nicht festhalten. Sie soll nicht in dieser mystischen Vereinigung quasi da stecken bleiben, sondern sie hat einen Auftrag zu erfüllen. Sie bekommt auch von ihm den Auftrag, sie soll zu den anderen gehen und ihnen die Osterbotschaft, so wie sie im Johannesevangelium formuliert ist, nahe bringen. Sie ist eine Prophetin, sie ist eine Lehrerin, sie ist Apostelin, sie ist eine starke Frau, die sich in einer männerdominanten Welt offensichtlich gegen die Rollenerwartungen, die Frauen präsentiert worden sind, gestellt hat. Nach dem Ostergeschehen verschwindet die erste Apostelin Jesu aus den kanonischen Schriften der Bibel und mit ihr die Bedeutung der Frauen um Jesus. Dafür taucht ein Mann auf, der sich aufgrund seiner Vision des auferstandenen Jesus Apostel nennt und das Christentum über die Grenzen Palästinas hinweg verbreitet. Paulus war der erfolgreichste frühchristliche Missionar. Aber auch er stützt sich dabei auf die Mitarbeit von Frauen. Seine zweite Missionsreise führt Paulus nach Europa. Die Apostelgeschichte erzählt, An einem Sabbat suchten Paulus und sein Begleiter eine jüdische Gebetsstätte am Ufer eines nahegelegenen Flusses auf und fanden dort einige Frauen vor. Eine von ihnen öffnete der Lehre Jesu ihr Herz. Ihr Name war Lydia. Lydia war eine Purpurhändlerin aus Philippi. Der Name deutet an, dass sie möglicherweise ehemals Sklavin war und dann freigelassen wurde oder sich selbst freigekauft hat und Lydia hat sich vom christlichen Glauben überzeugen lassen und hat Paulus dann genötigt, in ihr Haus zu kommen. Diese Passage in der Apostelgeschichte ist deshalb wichtig, weil es hier heisst, dass Lydia ihr ganzes Haus getauft hat. Der erste Mensch also, der sich in Europa taufen liess, war eine Frau. Heute leben 537 Millionen Christen und Christinnen auf unserem Kontinent. Doch das Andenken an die mutige Pionierin ist aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden. Seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts arbeiten feministische Theologinnen daran, die verschwundenen Frauen der Bibel wieder sichtbar und greifbar zu machen. Frauen waren mobil, Frauen waren berufstätig, Frauen waren gemeindeaktiv. Das lässt sich nicht nur im Neuen Testament beobachten, sondern lässt sich auch in anderen antiken Schriften zeigen. In Inschriften wird das deutlich. Also dieser Versuch, Frauen im Grunde in diese Mutter- und Familienrolle zu pressen, funktioniert einfach nicht, wenn man die Quellen ernst nimmt, wenn man das Neue Testament mit neuen Augen liest. Eine seiner Missionsreisen führte Paulus nach Korinth. Von hier aus verschickte er viele seiner theologischen Botschaften. So auch den berühmten Brief an die neuen Gemeinden in Rom. Man darf sich Paulus unter keinen Umständen als einsamen Briefeschreiber in einer Stube vorstellen, sondern Paulus war Missionar, er ist von Ort zu Ort gezogen, hat Gemeinden gegründet, hat dort dann in den Häusern der Menschen gelebt, die er auch vom Christusglauben überzeugen konnte. Der Römerbrief des Paulus ist vor allem deshalb interessant, weil er eine Grußliste im 16. Kapitel hat. Diese Grußliste umfasst 16 Verse und da werden sensationelle 28 Christen und Christinnen in der Gemeinde in Rom gegrüßt von Paulus. Und diese Grußliste, würde man vielleicht erst mal denken, das ist ja langweilig, eine Grußliste ist uninteressant, aber diese Grußliste ist deshalb besonders interessant, insbesondere natürlich auch für die Gegenwart, weil hier ein Drittel Frauen gegrüßt werden. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, Olympas und alle Heiligen, die bei ihnen sind. Das ist das, was wir heute fordern, ein Drittel Frauen in entsprechende Positionen. Und das können wir hier schon für die frühchristlichen Gemeinden beobachten. Die hatten das schon umgesetzt. Also das ist das neue Sein in Christus. Mit der, naja gut, nee, wir wollen ja mehr als nur ein Drittel. Ein Drittel ist ja zu wenig. Mindestens 50 Prozent. Ich empfehle euch unsere Schwester Vöbe, Diakonin der Gemeinde von Kenchreehe. Nehmt sie im Namen des Herrn auf, wie es Heilige tun sollen. Vielleicht waren Frauen nicht nur Missionarinnen, sondern auch theologische Beraterinnen, antike Redakteurinnen. So wie Vöbe, die Paulus am Ende des Römerbriefes als Diakonin vorstellt. Was aber war eine Diakonin zu Paulus' Zeit? Das ist vielfach übersetzt worden mit die Dienerin aus der Gemeinde in Kenchreehe oder die Gehilfin. Das ist natürlich eine sehr reduktionistische Übersetzung dieses Diakonostitels. Denn man muss sich anschauen, was bedeutete Diakonus in den Paulusbriefen. Paulus nennt sich selbst Diakonus. Diakonus bedeutete, dass man im Dienst der Verkündigung des Evangeliums tätig war. In diesem Fall war Vöbe die Überbringerin des Briefes an die Gemeinden in Rom, der Hauptstadt der damals bekannten Welt. Sie hatte das absolute Vertrauen des Verfassers. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Vielfach hat man die Idee oder die Vorstellung, dass Frauen nicht allein gereist sind. Das lässt sich soweit nicht verifizieren. Denn wir wissen von vielen Frauen, dass sie sehr mobil waren. Dass sie sich vielfältig von A nach B bewegt haben. Das ist von frühen Christinnen und Christen belegt. Und Vöbe ist ein Beispiel dafür. Mehrere Wochen dauerte damals die Schiffsreise von Korinth nach Rom. Ein mutiges Unterfangen für eine Frau. Offensichtlich konnte sie sich diese Reise von Korinth nach, oder von Kenchrehe nach Rom auch leisten, um den Brief des Paulus zu überbringen. Wer Briefe überbracht hat, hat diese Briefe in der Regel auch interpretiert. Sie hatte auch eine theologische Aufgabe in diesem Zusammenhang. Es ging nicht nur darum, dass sie den Brief dort abliefert, sondern dass sie diesen Brief tatsächlich dann auch theologisch deutet, auslegt und bei dem Verstehen des Briefes Hilfe leistet. Vielleicht stünde die Kirche heute näher an den Bedürfnissen der Menschen, würde sie sich auf Vöbe besinnen und die Stellung der Frau in der Kirche neu überdenken. Denn die ersten frühchristlichen Gemeinden trafen sich in privaten Häusern. Oft waren Frauen die Gastgeberinnen. Über diese Keimzellen breitete sich das frühe Christentum aus. Man kann sich diese ersten Gemeinden nicht klein genug vorstellen. Das waren einzelne Personen, die vom Christusglauben überzeugt wurden, die dann ihr Haus öffneten für andere Christen und Christinnen. In diesen Gemeinden wurden Gottesdienste gefeiert, es wurde das sogenannte Sättigungsmahl gefeiert. Das frühchristliche Abendmahl war noch ein Sättigungsmahl. Man traf sich, um Gottesdienst zu feiern, aber auch, um gemeinsam zu essen und zu trinken. Das zeigt auch diesen sozialen Aspekt der frühchristlichen Gemeinden. Da ging es nicht nur darum, dass man sich über eine Botschaft ausgetauscht hat, sondern es ging auch darum, dass man eine neue Gemeinschaft geschaffen hat. In seinem Römerbrief grüßt Paulus auch zwei angesehene Apostel, Andronikus und Junia. Ein Paar, das als Apostel unterwegs war? Wenn ein Paar erscheint, dann arbeiten die gemeinsam. Und das kann man dann wahrscheinlich doch auch vermuten für Andronikus und Junia, dass sie gemeinsam als Ehepaar Missionsarbeit betreiben. Ein Apostel zu sein, ist etwas Großes. Aber berühmt unter den Aposteln, bedenke, welch großes Lob das ist. Wie groß muss die Weisheit dieser Frau gewesen sein, dass sie für den Titel Apostel würdig befunden wurde. Das hat kein Geringerer gesagt als Johannes Chrysostomus, ein bedeutender Lehrer in der alten Kirche. Doch wer heute die Einheitsübersetzung der Bibel aufschlägt, findet im Römerbrief statt einer Apostelin Junia einen Apostel Junias. Wie kann das sein? Johannes Chrysostomus geht davon aus, dass Andronikus und Junia Mann und Frau sind. Auf der anderen Seite gibt es die sehr starke Tradition, dass die Apostel Männer sind. Der Zwölferkreis um Jesus, das waren Männer. Dass eine Frau Apostelin genannt wird, das ist schon sehr auffällig. Die ältesten Abschriften der Bibel wurden in Großbuchstaben verfasst. Es gab weder Satzzeichen noch Akzente. Erst später, nach dem 10. Jahrhundert, hat man auch Kleinbuchstaben geschrieben. Und da begegnen dann Akzentuierungen. Man hat auch nachträglich Texte, die mit Großbuchstaben geschrieben worden sind, dann noch mit Akzenten versehen. Wenn ich auf Junian den Akzent setze, einen Akut, dann ist zweifellos eine Frau. Und der Frauenname Junia ist nachgewiesen und zwar ziemlich häufig. Wenn ich auf die letzte Silbe einen Akzent setze, und zwar einen Zirkumflex, dann heißt das Junian, endbetont. Und dann handelt es sich um einen Männernamen. Und so passierte es, dass im 14. Jahrhundert unter der Feder des Bibelkommentators Egidius von Rom aus der Apostelin Junia ein Apostel wurde. Kurz vor der Reformation treibt der französische Theologe Faber Stapulentius die Geschlechtsumwandlung noch weiter. Aus Junia wird Junias. Martin Luther übernimmt diese Version. Die Existenz des Apostels Junias ist von nun an höchst prominent gesichert. Jahrhundertelang konnte die Theologie nun behaupten, es hätte nur männliche Apostel in der frühen Kirche gegeben. Hallo Bernadette, schön dich zu sehen. 1977 deckt die amerikanische Theologin Bernadette Bruton die fatale Geschlechtsumwandlung der Apostelin Junia auf. Ja, was uns interessiert ist, du hast 1977 herausgearbeitet, dass Junia eine Apostelin im Neuen Testament bezeugt ist im Römerbrief. Wie hast du das herausgefunden? Ich habe sämtliche griechische und lateinische Inschriften untersucht aus der Antike, in denen der Name Junia vorkommt. Und habe festgestellt, dass der Name Junia ungefähr 500 Mal vorkommt. Und der Name Junias hingegen überhaupt nicht. Und du hast ja Egidius von Rom namhaft gemacht als denjenigen, der das dann definitiv verändert hat. Was hat den Augustiner Eremit dazu veranlasst, aus dieser Frau einen Mann zu machen? Ja, es war das Resultat eines männerorientierten Weltbildes. Eine Frau kann einfach kein Apostel gewesen sein. Und weil keine Frau ein Apostel gewesen sein kann, kann die Frau, die hier Apostel genannt wird, keine Frau sein. Und deshalb fristet Junia in der Einheitsübersetzung der Bibel bis heute ein verfälschtes Dasein als Mann. Auch das Bild der ersten Apostelin wurde über die Jahrhunderte hinweg immer wieder von den Kirchenvätern übermalt und verändert. Die Überlieferung, dass Maria Magdalena als Erste den Auferstandenen gesehen hat und von ihm den Auftrag bekommen hat zur Verkündigung, ist natürlich eine Geschichte, die in der damaligen Gesellschafts- und Weltordnung provokant war. Subversiv könnte man sagen. Und die Kirchenväter haben jetzt daraus nach Strategien gesucht, wie sie diesen Verkündigungsauftrag der Maria von Magdala, der ja in Widerspruch steht mit dem allgemeinen Lehr- und Verkündigungsverbot der Frauen, also wie sie diese Geschichte da kontrollieren können. Und da gibt es eben bestimmte Strategien. Und eine davon ist, Maria von Magdala in Verbindung zu bringen mit Eva, mit der ersten Frau, die die Sünde, den Tod, in die Welt gebracht hat. Und zu sagen, das, was am Ostermorgen passiert, das ist etwas, was darin liegt, dass die Frauen diesen ersten Sündenfall wieder gut machen mussten. Und dass die Heilsgeschichte wieder ins Lot kommt, eine Reparatur passiert. Diese ganze Geschichte, Frauen sind Sünderinnen und Maria von Magdala ist eine Vertreterin dieses sündigen Geschlechts, wird dann später so dominant, dass es nur mehr ein Schritt ist, sie selber dann auch als Sünderin zu stilisieren. Für Maria Magdalenas Verwandlung wurde aus drei biblischen Frauen eine. Um 600 n. Chr. erklärt Papst Gregor der Große in einer Predigt, dass Maria von Bethanien, die Jesus nach dem Johannesevangelium die Füsse gesalbt hatte, dieselbe Person sei wie die stadtbekannte Sünderin des Lukasevangeliums. Und setzt diese beiden Frauen schliesslich mit Maria aus Magdala gleich. Sie wird zur Propagandafigur der Kirche, eine reuige Sünderin, die Jesu Füsse mit jenen Ölen salbte, die sie einst zur Pflege ihres sündigen Leibes verwendete. Wir haben sie heute weniger als mächtige Heilige im Kopf, sondern als diese erotische Sünderin, diese Büßerin, die lasiv am Boden liegt oder kniet, wo immer schon sehr viel Erotik ins Spiel kommt. Diese Erotik war dann vielleicht auch in der Neuzeit ein Grund, warum diese Figur so geliebt geworden ist. Man hat so eine femme fatale im Christentum, eine Heilige, die Hure Heilige in einer Person ist, obwohl das ja nicht die eigentliche Geschichte der Maria Magdalena ist. Wo die Geschichte Leerstellen hinterlässt, ist Raum für Legenden. Nach dem Ostergeschehen soll Maria Magdalena in einem ruderlosen Schiff ausgesetzt worden sein. Der Wind habe sie an die Küste Frankreichs getragen, wo sie 30 Jahre lang in einer Höhle Buße tat für ihr sündiges Leben. So erzählt es die Legenda Aurea. Eine Sammlung von heiligen Legenden und ein Bestseller des Mittelalters. Trotz aller Übermalungen, Verleumdungen und Legenden hat Maria Magdalena ihre Strahlkraft und Faszination nie verloren. Vor allem für Frauen. Also für mich ist Maria Magdalena die Vorreiterin. Also für mich zeigt sie einfach, dass sie als Frau in, bei und mit Jesus dabei sein konnte. Sie ist für mich ein ganz, ganz großes Vorbild, um auch den Frauen, die heute diesen Wunsch haben und im Herzen das verspüren, nicht aufzugeben. Weil sie war mit dabei und Jesus hat sie akzeptiert und aufgenommen. Sie war extrem wichtig für Jesus. Und darum denke ich auch, dass es an der Zeit wäre, was zu ändern in der Kirche. Und den Frauen die Türen für wichtige Ämter und Positionen endlich zu öffnen. Das frühe Christentum und die frühe Kirche war nicht so eine monolithische Größe, wie wir das gemeinhin annehmen. Jenseits dieses dominanten patriarchalischen Hauptstromes gab es vielfältige Bewegungen, die vielfach gar nicht bekannt sind, die eine völlig andere Sprache sprechen, die auch eine andere Theologie vertreten, eine gleichberechtigte Theologie, die andere Schwerpunkte gewählt haben, in denen Gruppen, in denen Frauen eine bedeutende Rolle eingenommen haben. Über viele Jahrhunderte hinweg diskutierten Kirchenväter, welche Schriften in die Bibel aufgenommen werden und welche nicht. Die Bibel ist so gesehen eine Schrift der historischen Sieger. Jene Evangelien, die keine Aufnahme fanden, nennt man heute die Apokryphen. Sie wurden verstoßen, verfolgt und gerieten schliesslich in Vergessenheit. Und so versiegten auch jene frühchristlichen Strömungen, in denen Frauen noch eine führende Rolle spielten. 1896 taucht Maria aus Magdala wieder auf, in Kairo, als Figur einer koptischen Papyrusschrift aus dem 2. Jahrhundert. Ein deutscher Gelehrter kaufte die Schrift, deren Heimat heute das Ägyptische Museum in Berlin ist. Nur zu besonderen Anlässen holt Restaurateurin Miriam Krutsch den lichtscheuen Papyruss aus den Archiven. Hans G. Pat Bethke ist einer der wenigen Experten für Koptisch, der letzten Form der antiken ägyptischen Sprache. Von den ursprünglich 18 Seiten der Schrift sind nur 8 erhalten geblieben. Sie erzählen von den letzten Momenten, in denen der auferstandene Jesus unter seinen Jüngern und Jüngerinnen verweilt, bevor er endgültig in den Himmel auffährt. Mutlos bleiben die Jünger zurück. Da tritt Maria Magdalena hervor und richtet sie auf. Im Moment, ist nicht so einfach zu lesen. Doch, Emper Rime weint nicht. Avo, Emper Erlupé. Seid nicht betrübt oder seid nicht traurig. Und zweifelt nicht oder seid nicht zwiespältig. Maria ergreift die Initiative und dann müsste die Fortsetzung eigentlich jetzt auf der Seite 10 kommen. Petrus fordert Maria auf, den Jüngern die Geheimlehre Jesu anzuvertrauen. Maria enthüllt sie. Sie spricht vom Aufstieg der Seele, die viele Prüfungen bestehen muss, bevor sie eins werden kann mit dem göttlichen Licht. Ein mystischer Text, Zeuge einer gnostischen Richtung, die von frühen Kirchenvätern verworfen wurde und auch noch heute umstritten ist. Er vermittelt uns Maria als spirituelle Vertraute Jesu. Als Jüngerin, die Zugang zu einem Geheimwissen hatte, das er nur mit ihr teilte. Bei den Jüngern erregt das Eifersucht. Andreas aber antwortete und sprach zu den Brüdern, ich glaube nicht, dass der Erlöser das zu ihr gesagt hat. Und dann wird es noch interessanter. Dann sagt Petrus, hat er denn mit einer Frau heimlich gesprochen? Und sollen wir etwa alle umkehren? Sollen wir etwa auf sie hören? Hat er sie uns bevorzugt, könnte man sagen? Dann ergreift ein anderer Jesus Jünger das Wort, nämlich Levi und er sagt, er sagt, Petrus, du bist von jeher aufbrausend. Jetzt sehe ich, wie du dich gegen diese Frau echauffierst, ereiferst, wie gegen eine Feinde. Die Geschichte ist eigentlich dann ziemlich schnell zu Ende, nachdem Levi die Wogen da geglättet hat. Und dann führen die Jünger und Jüngerinnen, muss man auch sagen, den Auftrag dann aus, nämlich das Evangelium zu verkündigen. Und dann kommt ganz zum Schluss, dann kommt als Unterschrift so der Titel, das Evangelium gemäß oder nach Maria. Maria Magdalena ist nicht Verfasserin dieser Schrift. Sie tritt hier als Sprachrohr einer frühchristlichen Tradition in Erscheinung, in der Frauen noch eine tragende Rolle spielten. Dass dieses lang verborgene Evangelium nach ihr benannt ist, verweist auf ihre zentrale Bedeutung in der Jesusbewegung. Stand sie Jesus näher als die anderen Jünger und Jüngerinnen? Und warum ist sie nach dem Ostergeschehen aus den biblischen Texten verschwunden? Jesus sprach nie von Ämtern in seiner Bewegung. Er verkündete das Reich Gottes. Seine Vision war die Gleichheit aller Menschen. Dennoch behauptet das Lehramt der römisch-katholischen Kirche, dass Jesus nur Männer in seine Nachfolge berufen hat. Und das ist historisch, theologisch total falsch. Und kein Wunder, dass die Leute dann aus der Kirche austreten, weil sie nicht mehr glauben können. Oder weil sie einfach nicht verstehen, warum diese Theologie gepredigt wird, die nicht stimmt. 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist es Zeit, aus kirchlicher Erstarrung zu erwachen, lauttete das Motto der Konziliarenversammlung progressiver Christen und Christinnen in Frankfurt. Auch Jacqueline Straub ist unter ihnen. In der Hoffnung, die Pionierin der feministischen Theologie kennenzulernen. Elisabeth Schüssler-Fiorenza ist eigens zu einem Podiumsgespräch aus Amerika angereist. Wir sind zusammengekommen, weil wir wissen, wenn eine alleine träumt, dann ist dies nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, dann ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit. Träumt unseren Traum. Ich bin Jacqueline Straub und ich habe eine Frage an die Frau Professorin. Was würden Sie einer jungen Theologiestudentin sagen, die Priesterin werden will in der katholischen Kirche? Ich würde einer jungen Studentin raten, erstens gute Beziehungen zu Rechtsanwältinnen zu bekommen und das Grundgesetz einzuklagen. Solange die Kirche Kirchensteuer einnimmt, sollte sie die Gleichberechtigung von Männern und Frauen anerkennen. Zweitens würde ich Ihnen raten, feministische Theologin zu werden. Viele Frauen des Frühchristentums sind aus der Bibel verschwunden. Die feministische Theologie hat sie wieder sichtbar gemacht. Die Pionierin kann sich heute freuen. Ihre Vision wird nun von der jungen Generation weitergetragen. Es haben schon viele Leute zu mir gesagt, wenn du den Wunsch hast, Priesterin zu werden, dann geh doch einfach zu den Protestanten. Da ist es ja kein Problem. Aber ich sage da klar und deutlich Nein. Ich bin katholisch und ich werde katholisch bleiben. Ich habe den Wunsch, dass man in der Kirche was bewegt und nicht von außen. Ich war in der zweiten oder dritten Klasse und dann haben wir den berühmten Aufsatz geschrieben, wenn du drei Wünsche hättest. Und dann wollte ich, dass es keinen Krieg mehr gibt. Ich war Flüchtlingskind und von daher war das das Wichtigste. Und ich wollte gerne Schokolade essen, haben, die es damals auch nicht gab. Und das dritte war, dass ich eines Tages Papst sein würde. Zum Glück gehen nicht alle Wünsche in Erfüllung. Doch der Traum von einer Kirche der Männer und Frauen sollte bald in Erfüllung gehen. Die Berufung auf die Apostelinnen des Christentums kann dabei helfen. Im Ägyptischen Museum in Berlin ist endlich das neu restaurierte Evangelium der Maria Magdalena ausgestellt. Es ruft eine grosse Apostelin in Erinnerung. Weint nicht und seid nicht traurig und zweifelt nicht. Denn seine Gnade wird mit euch allen sein und wird euch beschützen. Lasst uns vielmehr seine Größe preisen, denn er hat uns bereitet und zu Menschen gemacht. In der Abortrag sehe�ś, denn es zahein wurde 1974 im Namen gecheckt. Und dann freut mich über dennoch nachbetten. Und dann fanden wir auch dieses Jahr unseres zu von Ne게 ausgeléden.